da ist sie unsere fanbox endlich nach fünf jahren ein junger adretter mann vorne drauf ganz im bunt jetzt gucken wir mal was da ist also es ist was ich immer mal haben wollte eine wundervolle schürze zum kochen dann gibt es hier wunderbare glasuntersetzer dann gibt das kühlschrank machen das habt ihr euch gewünscht kommt sehr gut an war und dann natürlich die platte individualität fünf jahre hat es gedauert da ist so wir haben wunderbaren zeigen block weil wir nie irgendwas merken können dann haben wir schnürzenkel die sind auch total da habe ich jetzt schon mal eingeflochten bei mir dann geht es weiter wir haben einen wunderbaren flaschenöffner weil man das immer braucht ganz wichtig wollte ich auch schon immer mal haben und für die ersten 500 vorbestellungen haben wir das kochbuch wer es noch nicht hat kann man auch weiter verschenken wer schon hat ganz tolles kochbuch da gibt es nur noch 500 stück von wer lust hat kann da eins dazu haben und die ersten 500 stück und wir verlosen jetzt kommt nämlich noch 50 exklusiv tickets also konzert tickets für unsere konzerte ihr trefft uns ihr trinken bierchen mit uns wir quatschen miteinander ihr seid unsere gäste den ganzen abend lang wir freuen uns darauf und jetzt kommt das highlight wir verlosen drei wohnzimmer konzerte wir kommen zu euch ins wohnzimmer unter den ersten 500 vorbestellungen verlosen wir drei wohnzimmer konzerte das heißt ob ihr wollt oder nicht wir kommen zu euch dann ihr habt es dann gewonnen dann machen wir einen termin aus und kommt vorbei also die ersten 500 bin mal gespannt ob es euch gefällt wenn ihr lust habt macht ein video davon wie es auspackt teilt das social media mäßig und verlinkt uns miteinander wir freuen uns ohne ende neue platte ist da die individualität